61 Ordinalzahlen Der erste Monat ist der Januar. Der zweite Monat ist der Februar. Der dritte Monat ist der März. Der dritte Monat ist der März. Der vierte Monat ist der April. Der vierte Monat ist der April. Der fünfte Monat ist der Mai. Der fünfte Monat ist der Mai. Der sechste Monat ist der Juni. Der sechste Monat ist der Juni. Sechs Monate sind ein halbes Jahr. Sechs Monate sind ein halbes Jahr. January, February, March Januar, Februar, März April, May, and June April, Mai, and Juni April, Mai, and Juni The seventh month is July. Der siebte Monat ist der Juli. The eighth month is August. August Der achte Monat ist der August. Der achte Monat ist der August. November The tenth month is October. Der zehnte Monat ist der Oktober. The eleventh month is November. November Der elfte Monat ist der November. Der elfte Monat ist der November. The twelfth month is December. Der zwölfte Monat ist der Dezember. Twelve months make a year. Zwölf Monate sind ein Jahr. Zwölf Monate sind ein Jahr. July, August, September Juli, August, September October, November, and December October, November, and December 62 62 Asking questions 1 Fragen stellen 1 To learn Lernen Lernen Do the students learn a lot? Lernen die Schüler viel? Lernen die Schüler viel? No, they learn a little. Nein, sie lernen wenig. To ask Fragen Do you often ask the teacher questions? Fragen Sie oft den Lehrer? No, I don't ask him questions often. Nein, ich frage ihn nicht oft. Nein, ich frage ihn nicht oft. To reply Antworten Antworten Please reply Antworten Sie bitte Ich antworte Ich antworte To work Arbeiten Arbeiten Is he working right now? Arbeitet er gerade? Arbeitet er gerade? Arbeitet er gerade? Yes, he is working right now. Ja, er arbeitet gerade. Ja, er arbeitet gerade. To come To come Kommen Kommen Are you coming? Kommen Sie? Kommen Sie? Kommen Sie? Yes, we are coming soon. Ja, wir kommen gleich. To live Wohnen Do you live in Berlin? Wohnen Sie in Berlin? Yes, I live in Berlin. Ja, ich wohne in Berlin. 63 63 Asking questions to Fragen stellen 2 I have a hobby. Ich habe ein Hobby. Ich habe ein Hobby. I play tennis. Ich spiele Tennis. Where is the tennis court? Wo ist ein Tennisplatz? Wo ist ein Tennisplatz? Do you have a hobby? Hast du ein Hobby? Hast du ein Hobby? Ich spiele Fußball? Ich spiele Fußball. Where is the soccer field? Ich spiele Fußball. Wo ist ein Fußballplatz? My arm hurts. Mein arm tut weh. Mein arm tut weh. Mein Fuß und meine Hand tun auch weh. Is there a doctor? Wo ist ein Doktor? I have a car. Ich habe ein Auto. Ich habe auch ein Motorrad. Where could I park? Wo ist ein Parkplatz? I have a sweater. Ich habe einen Pullover. Ich habe einen Pullover. I also have a jacket and a pair of jeans. Ich habe auch eine Jacke und eine Jeans. Ich habe auch eine Jacke und eine Jeans. Where is the washing machine? Wo ist eine Waschmaschine? Wo ist die Waschmaschine? Where is the salt and pepper? Wo sind Salz und Pfeffer? 64 64 Negation 1 Verneinung 1 Verneinung 1 I don't understand the word. Ich verstehe das Wort nicht. Ich verstehe das Wort nicht. I don't understand the sentence. Ich verstehe den Satz nicht. Ich verstehe den Satz nicht. Ich verstehe die Bedeutung nicht. The teacher Der Lehrer Der Lehrer Do you understand the teacher? Verstehen Sie den Lehrer? Verstehen Sie den Lehrer? Yes, I understand him well. Ja, ich verstehe ihn gut. Ja, ich verstehe ihn gut. Ja, ich verstehe sie gut. Ja, ich verstehe sie gut. The people Die Leute Die Leute Do you understand the people? Verstehen Sie die Leute? Verstehen Sie die Leute? No, I don't understand them so well. Nein, ich verstehe sie nicht so gut. Nein, ich verstehe sie nicht so gut. The girlfriend Die Freundin Die Freundin Do you have a girlfriend? Haben Sie eine Freundin? Haben Sie eine Freundin? Yes, I do. Ja, ich habe eine. Ja, ich habe eine. The daughter Die Tochter Die Tochter Die Tochter Do you have a daughter? Haben Sie eine Tochter? Haben Sie eine Tochter? No, I don't. Nein, ich habe keine. Nein, ich habe keine. Sixty-five Fünfundsechzig Fünfundsechzig Negation two Verneinung zwei Verneinung zwei Is the ring expensive? Ist der ring teuer? Ist der ring teuer? No, it costs only 100 euros. Nein, er kostet nur 100 euro. But I have only fifty. Aber ich habe nur fünfzig. Aber ich habe nur fünfzig. Are you finished? Bist du schon fertig? Bist du schon fertig? No, not yet. Nein, noch nicht. But I'll be finished soon. Aber gleich bin ich fertig. Aber gleich bin ich fertig. Do you want some more soup? Möchtest du noch Suppe? Möchtest du noch Suppe? No, I don't want any more. Nein, ich will keine mehr. Nein, ich will keine mehr. But another ice cream? Aber noch ein Eis. Aber noch ein Eis. Have you lived here long? Wohnst du schon lange hier? Wohnst du schon lange hier? No, only for a month. Nein, erst einen Monat. Nein, erst einen Monat. But I already know a lot of people. Aber ich kenne schon viele Leute. Aber ich kenne schon viele Leute. Are you driving home tomorrow? Fährst du morgen nach Hause? Fährst du morgen nach Hause? No, only on the weekend. Nein, erst am Wochenende. Nein, erst am Wochenende. But I will be back on Sunday. Aber ich komme schon am Sonntag zurück. Aber ich komme schon am Sonntag zurück. Is your daughter an adult? Ist deine Tochter schon erwachsen? Ist deine Tochter schon erwachsen? No, she is only 17. Nein, sie ist erst 17. Nein, sie ist erst 17. But she already has a boyfriend. Aber sie hat schon einen Freund. Aber sie hat schon einen Freund. 66 66 66 Possessive Pronouns, 1 Possessiv Pronomen, 1 Possessiv Pronomen, 1 Possessiv Pronomen, 1 I, my Ich, mein I can't find my key. Ich finde meinen Schlüssel nicht. Ich finde meinen Schlüssel nicht. I can't find my ticket. Ich finde meine Fahrkarte nicht. Ich finde meine Fahrkarte nicht. You, your Du, dein Du, dein Du, dein Hast du deinen Schlüssel gefunden? Hast du deinen Schlüssel gefunden? Hast du deine Fahrkarte gefunden? Hast du deine Fahrkarte gefunden? He, his Er, sein Er, sein Do you know where his key is? Weißt du wo sein Schlüssel ist? Weißt du wo sein Schlüssel ist? Weißt du wo seine Fahrkarte ist? Weißt du wo seine Fahrkarte ist? Weißt du wo seine Fahrkarte ist? Und ihre Kreditkarte ist auch weg. We, our Wir, unser Wir, unser Our grandfather is ill Unser Opa ist krank Unser Opa ist krank Our grandmother is healthy Unsere Oma ist gesund Unsere Oma ist gesund You, your Ihr, euer Ihr, euer Children Where is your father? Kinder, wo ist euer Vati? Kinder, wo ist euer Vati? Children Where is your mother? Kinder, wo ist eure Mutti? Kinder, wo ist eure Mutti? Sixty-seven Siebenundsechzig Possessive pronouns, two Possessivpronomen, zwei Possessivpronomen, zwei The glasses Die Brille Die Brille He has forgotten his glasses Er hat seine Brille vergessen Er hat seine Brille vergessen Where has he left his glasses? Wo hat er denn seine Brille? Wo hat er denn seine Brille? The clock His clock isn't working Seine Uhr ist kaputt The clock hangs on the wall Die Uhr hängt an der Wand The passport Der Pass Der Pass He has lost his passport Er hat seinen Pass verloren Er hat seinen Pass verloren Where is his passport then? Wo hat er denn seinen Pass? Wo hat er denn seinen Pass? They, their Sie, ihr Sie, ihr The children cannot find their parents Die Kinder können ihre Eltern nicht finden Here come their parents Aber da kommen ja ihre Eltern Aber da kommen ja ihre Eltern Wie war ihre Reise, Herr Müller Wie war ihre Reise, Herr Müller Where is your wife, Mr. Müller? Wo ist ihre Frau, Herr Müller? Wo ist ihre Frau, Herr Müller? You, your Sie, ihr Sie, ihr How is your trip, Mrs. Smith? Wie war ihre Reise, Frau Schmidt? Wie war ihre Reise, Frau Schmidt? Where is your husband, Mrs. Smith? Wo ist ihr Mann, Frau Schmidt? Wo ist ihr Mann, Frau Schmidt? 68 68 68 68 Big and small Groß, klein Groß, klein Big and small Groß und klein Groß und klein The elephant is big Der Elefant ist groß Der Elefant ist groß The mouse is small Die Maus ist klein Die Maus ist klein Dark and bright Dunkel und hell Dunkel und hell The night is dark Die Nacht ist dunkel Die Nacht ist dunkel The day is bright Der Tag ist hell Der Tag ist hell Old and young Alt und jung Alt und jung Our grandfather is very old Unser Großvater ist sehr alt Unser Großvater ist sehr alt Seventy years ago, he was still young Vor siebzig Jahren war er noch jung Vor siebzig Jahren war er noch jung Beautiful and ugly Schön und hässlich Schön und hässlich The butterfly is beautiful Der Schmetterling ist schön Der Schmetterling ist schön Die Spinne ist hässlich Die Spinne ist hässlich Fat and thin Dick und dünn Dick und dünn Ein Mann mit fünfzig Kilo ist dünn Ein Mann mit fünfzig Kilo ist dünn Teuer und billig Teuer und billig The car is expensive Das Auto ist teuer Das Auto ist teuer The newspaper is cheap Die Zeitung ist billig Die Zeitung ist billig 69 69 69 69 70 To need To want to Brauchen Wollen Brauchen Wollen I need a bed Ich brauche ein Bett Ich brauche ein Bett I want to sleep Ich will schlafen Ich will schlafen Gibt es hier ein Bett? I need a lamp. Ich brauche eine Lampe. I want to read. Ich will lesen. Gibt es hier eine Lampe? I need a telephone. Ich brauche ein Telefon. I want to make a call. Ich will telefonieren. Ich will telefonieren. Is there a telephone here? Gibt es hier ein Telefon? Gibt es hier ein Telefon? I need a camera. Ich brauche eine Kamera. Ich brauche eine Kamera. Ich brauche einen Computer. Ich brauche einen Kuli. Ich will eine E-Mail schicken. Ich will eine E-Mail schicken. Gibt es hier einen Computer? Gibt es hier einen Computer? Gibt es hier einen Computer? I need a pen. Ich brauche einen Kuli. Ich brauche einen Kuli. Ich brauche einen Kuli. I want to write something. Ich will etwas schreiben. Ich will etwas schreiben. Is there a sheet of paper and a pen here? Gibt es hier ein Blatt Papier und einen Kuhli? 70 Etwas mögen Möchten Sie rauchen? Möchten Sie rauchen? Möchten Sie tanzen? Möchten Sie spazieren gehen? Möchten Sie spazieren gehen? I would like to smoke. Ich möchte rauchen. Would you like a cigarette? Möchtest du eine Zigarette? He wants a light. Er möchte Feuer. I want to drink something. Ich möchte etwas trinken. I want to eat something. Ich möchte etwas essen. I want to relax a little. Ich möchte mich etwas ausruhen. I want to ask you something. I want to ask you for something. Ich möchte Sie um etwas bitten. I want to treat you to something. Ich möchte Sie zu etwas einladen. What would you like? Was möchten Sie bitte? Would you like a coffee? Möchten Sie einen Kaffee? Möchten Sie einen Kaffee? Or do you prefer a tea? Oder möchten Sie lieber einen Tee? We want to drive home. Wir möchten nach Hause fahren. Wir möchten nach Hause fahren. Do you want a taxi? Möchtet ihr ein Taxi? Möchtet ihr ein Taxi? They want to make a call. Sie möchten telefonieren. 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 Sie möchten telefonieren.